Das hättet ihr wohl gerne, dass man nichts dokumentiert, warum man in den Rechtsstaat das Vertrauen verliebt, wenn ihr bei eurem Vorgehen Gesetz und Recht verletzt und man das gefiltert und es schlicht entsetzt. Es gibt von euer Mein Satz schlimme Aufnahmen im Netz, doch wie reagiert ihr, zeigt ihr Reue jetzt? Seid ihr schuldbewusst? Schwört jeder Rechtsverletzung ab? Wisst ihr etwa gar nicht, wie ihr Recht gebrochen habt? Wär das besser nicht dokumentiert? Oder wär das besser gar nicht erst passiert? Setzt ihr weiter Knüppel gegen Sitzblockaden ein und hört unbeeindruckt Menschen, die ihr Prügel schreit? Schaut euch hinterher noch mal Filmaufnahmen an, entsetzt von eurem Einsatz, wie man derart vorgehen kann. Hat man euch so ausgebildet, dass man so verfährt, wenn man sich gegen unnütze Gewalteinsätze wählt? Sind im Einsatz voll Gesetz und Recht erstmal egal? Quittieren Richter Rechtswidrigkeit? Wer hält das für normal? Wär das besser nicht dokumentiert? Oder wär das besser gar nicht erst passiert? Ist euch lieber, wenn euch niemand auf die Finger schaut, wenn ihr wie von Sinnen Menschen auf die Köpfe haut? Kann man sein Gewissen so umfassend abtrainieren und später dann im Einsatz alle Hemmungen verlieren? Wenn ihr euch gefilmt seht, ist euch dann nicht mehr so wohl? Wer sagt, ihr hättet für Gewalt ein Einsatzmonopol? Ist es euch nicht peinlich, seht ihr nicht betreten weg? Und wünscht euch unsichtbar ganz tief in ein Versteck? Wär das besser nicht dokumentiert? Wär das besser gar nicht erst passiert. Leute werden dafür, dass sie hinschauen, bezahlt. Ein Ausweis soll sie schützen, vom Polizeigewalt. Die sind von der Presse, was sie tun, ist ihr Beruf Da gibt es Gesetze, die man ihretwegen schuf Pressefreiheit nennt man's, wenn sie das tun, was sie sollen Unbeeindruckt davon gibt es manche, die's nicht wollen Daran lässt sich sehen, ob man in einem Rechtsstaat lebt Und nicht die Polizei über den Gesetzen schwebt Wer das besser nicht dokumentiert Oder wer das besser gar nicht erst passiert Ich hab' einen Vorschlag, so eine Idee Die vielleicht euch zusagt, es tut auch gar nicht weh Einfach überlegen, wenn ein Befehl euch irritiert Und ihr nicht riskieren wollt, dass ihr die Selbstachtung verliert Macht doch einfach nächstens nichts mehr, wofür ihr euch schenkt Nichts, was ihr mitdauert, wofür ihr euch unmöglich gräbt Nichts, bei dem ihr euch am Ende selbst nicht mehr erkennt Nichts, bei dem ihr wünscht, dass niemand euren Namen nennt Wer das besser nicht dokumentiert Oder wer das besser gar nicht erst passiert Nichts, bei dem ihr euch geschieht Oder wer das besser gar nicht passiert Und ihr kennt euch gar nicht woitcht Und ihr habt ihr euch gehört